Guten Tag und herzlich willkommen zum Falk und Simon und dem Decks-Klastig-Podcast, in dem wir ganz gemein waren und das letzte Mal einfach so euch liegen gelassen haben im Hörfluss, denn da war ja eine ganz spannende Szene, nicht wahr? Es war aber auch spät. Ja, für uns, ja. Nee, lang, also die Folge war lang, glaube ich. Genau, so, aber wir können ja nochmal ganz kurz rekapitulieren, was da jetzt genau passiert war. Also, wenn sich mein altes Gehirn richtig erinnert, dann haben wir am Ende der letzten Folge festgestellt, dass wir den ganzen anderen Teil der letzten Folge zu doof waren und nicht mal den Sarg untersucht haben, in dem wir uns dann irgendwann befanden. Genau. Und das haben wir zum Schluss gemacht und dabei wohl festgestellt, dass wir in dem Kunststoffsarg liegen, den wir vorher kaputt gemacht haben in der Aufbahrungshalle. Und wenn ich mich recht erinnere, hieß das Ding Schnalle, also es gab zwei Schnallen. Ja. Und ich meine die obere, ich glaube die obere Schnalle, haben wir kaputt gemacht, als wir mit dem Sarg die Tür aufbrachen. Genau. Und wir haben ja noch letzte Folge auch wiederum den, also einen Spieß, ich glaube bei uns im Gips oder so, glaube ich, gefunden. Ja genau, einen Schaschlichspieß. Im Gips war der drin, zum Kratzen. Genau. Mhm. Und jetzt haben wir genau noch ein Streichholz, wir hatten mal fünf, fail. Alle unnütz verbraucht, dabei auch Sauerstoff verbraucht, in der Fläschkiste. Das ist übrigens Hallisch, Fläschkiste. Mhm. Mhm, das ist sehr uninteressant. Also Fläschkiste ist das Wort für Sarg. Naja gut, mein Exkurs. Auf jeden Fall haben wir jetzt diesen Spieß, ein Streichholz und wir wissen, dass egal wo oben ist, aber da wäre die Schnalle. Die könnten wir mit dem Spieß aufhebeln oder so. Das wären jetzt all meine Worte, die ich hätte. Okay, dann lassen Sie das machen. Also. Wenn das nicht funktioniert, bin ich im Arsch. Stimmt, aber das ist ja perfekt, wir liegen jetzt schon im Grab, also im Sarg. Also es gibt keinen besseren Ort zum Sterben. Ich wollte gerade sagen, wo besser sterben als im Sarg. Ja. Zünde. Was machen wir? Also, streichholz an. Boom. Oh Gott, das steht schon da. Du zündest das letzte Streichholz an. Das Spiel, das baut jetzt hier nochmal Druck auf. Okay, wir dürfen jetzt keine Fehler machen. Okay, und was machen wir jetzt, Spike? Ja, ich überlege gerade, schauen wir uns erst um oder sagen wir gleich Hebel obere Schnalle auf oder so. Haben wir den Sarg jetzt schon untersucht? Ja, also ich kann es nochmal vorlesen. Genau, also ich, ohne das jetzt nochmal einzutippen, aber ich habe ja diesen Text-Adventure-Client, mit dem ich die letzten Kommandos noch vom letzten Mal, also es ist quasi der, speichert so eine Session. Das ist eine Zeitreise quasi. Quasi, genau. Also, am Ende der letzten Folge passiert da folgendes. Ah ne, recently on textlastig. Wir haben U-Sarg eingetippt. Steht für Untersuchersarg. Genau, das machen die Pros. Obwohl dir das Herz bis zur Kehle schlägt, versuchst du nicht hektisch zu atmen, um das brennende Streichholz nicht versehentlich auszublasen. Das war das vorletzte übrigens. Zitternd führst du es vor deinem Gesicht ein wenig hin und her, um dir einen Überblick zu verschaffen. Jetzt hast du die Gewissheit, du liegst in dem Kunststoffsarg, der in der Aufbahrungshalle stand und in dem das Medaillon lag. Panik steigt in dir hoch. Das Streichholz geht aus. Was? Ach so, okay. Es scheint dir, als würde dich die undurchdringliche Dunkelheit mit großen schwarzen Händen erdrücken. Na, jetzt mal, jetzt mal nicht zu übertreiben, ne? Zu übertreiben da wirklich. Plötzlich hörst du aus einiger Entfernung das Starten eines Motors. Dann ist da ein Geräusch, das so klingt, als würde Metall auf irgendetwas aufschlagen. Der Motor wird dabei immer lauter. Du kannst es fast vor dir sehen, wie sich die Schaufelzähne des kleinen Baggers in die Erde graben. Und dann habe ich danach scheinbar nochmal ins Inventar geguckt. Besagter Spieß, ein Mantel, angezogen, mit Streichholz und weißen Gips, auch angezogen. Okay. Aber er hat jetzt nichts über die Schnalle gesagt, ne? Das ist jetzt nur unser Wissen, aber... Das stimmt, aber ich meine, vielleicht haben wir das vorher mit den anderen drei Streichholzern gelesen, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, aber nee, 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 ich kann mich jetzt doch noch erinnern, wir hatten da eine Antihilfe geguckt und da meine ich, dass gesagt wurde, untersuch mal spezielle Teile im Sarg. Das heißt, wir könnten jetzt hier mal sagen, untersuche Kopfende zum Beispiel. Oh, das können wir ja nicht sehen. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Untersuche Sarg. Ne, warte mal, untersuche obere Schnalle. Einfach mal, so nämlich. So. Was? Einfach mal wie ein Pro, pass mal auf. Ich lese mal vor, soll ich mal? Mhm. Also ich habe untersuche obere Schnalle eingegeben. Aha. Jetzt erinnere ich mich wieder, die außen liegende Schnalle wurde beschädigt, als du das Metallgestell mit den schweren Kanistern und dem Sarg die Rampe hinuntergestoßen hast, um die Tür der Aufbauungshalle aufzubrechen. Du kannst eine leichte Erhebung im Plastikdeckel erkennen. Das muss die im Deckel eingelassene Halterung der Schnalle sein. Du versuchst dich im Schein des spärlichen Lichts weiter umzusehen, aber die Panik überwältigt dich. Dein Herz rast und dein Blick lässt sich nicht mehr auf die Details fokussieren. Äh, auf Details fokussieren. Trotzdem und seltsamerweise, wie du findest, gibt es da diesen einen ruhigen Punkt in dir, der sich umso besser auf drei Gesichter konzentriert. Was? Trotzdem und seltsamerweise. Gibt es da diesen einen ruhigen Punkt in dir, der sich umso besser auf drei Gesichter konzentriert. Punkt. Was heißt das? Du ahnst, dass diese Ruhe dich in die falsche Richtung lockt, aber es ist zu spät. Immer weiter brennt das Streichholz herunter. Obwohl du dir die Finger verbrennst, hältst du es verzweifelt fest. Du spürst den Schmerz nicht. Das Letzte, das du in deinem Leben siehst, ist das verkohlte Streichholz, das mit einem bläulichen Glimmen endgültig erlischt. Okay, wie in Pro, ja. Okay, jetzt, also weiter, Leertaste drücken. Einige Stunden später. Du bist gestorben. In diesem Spiel hast du elf von 56 möglichen Punkten in 219 Zügen erreicht. Ja gut, Gott sei Dank haben wir gespeichert, gell? Ja, am Anfang dachte ich noch, du hast einen anderen Text bekommen, denn ich hatte den Sarg untersucht und dann kam nämlich derselbe Text mit und du bist gestorben und so. Ja, lame, oder? Mal laden. So, pass mal auf. Also, wir machen wieder, zünde Streichholz an und jetzt aber statt, untersuche obere Schnalle, mache ich Hebel, obere Schnalle mit Spieß. Also ich habe, also nur, also dann, ja, okay, versuch es mal. Hat er nicht verstanden? Also ich habe öffne obere Schnalle mit Spieß gemacht und da bin ich trotzdem gestorben. Öffne obere Schnalle mit Spieß, Punkt. Ja, stimmt. Ist ja doof. Also, oder sind wir schon im Arsch, weil wir wirklich bloß noch ein Streichholz haben? Ja, aber das ist doch nicht so schlimm, oder? Ja, Streichholz, Schmeichholz, das ist doch egal, ne? Also eins. Eben, eins ist genauso gut wie fünf. Außerdem, aber du pass mal auf, in dieser Notsituation, ja, zündet man auch mal die Packung vom Streichholz an. Stimmt. Oder der Mantel. So. Also. Das Kopfende ging ja nicht. Ja, aber also offensichtlich ist ja die obere Schnalle eine Sache. Ja, ich gebe es nochmal. Warte mal, wie war das Tipp sein? Nee, Info? Ja. Warte mal, ich versuche mal, warte mal. Ziel. Es ist stockdunkel, okay. Also ich muss das Streichholz anmachen. Ja. Also okay, ich zünde das Streichholz nochmal an. Wir haben so ein Spieß. Stoß. Spieß. Gegen. Obere. Schnalle. Das geht nicht. Cool, aber ich bin noch am Leben. Hinweise muss man eigentlich. Dengel ist kein offizielles Verb, ne? Dengel. Spieß gegen obere Schnalle. Zerstöre obere Schnalle. Ist aber auch doof, ne? Dann würde er auch wieder kurz vorm Abnippeln sagen, hey, Gewalt ist keine Lösung. Einfach öffne obere Schnalle. Dazu brauchst du etwas. Ja, logisch. Ja. Okay, also warte mal, obere Schnalle mit Spieß. Ja, bin auch wieder tot. Hä, verstehe ich überhaupt nicht. Also, genau, wir checken, ob wir okay sind. Wie komme ich aus dem Sarg? Ja, wie geht das jetzt? Ah, weiterer Hinweis. Okay. Untersuche Romantel, Untersuche Gips. Das haben wir gemacht. Nutze Streichholz mit Bedacht. Ja, ja. Um den Spieß und Gips zu ziehen, solltest du keinen Streichholz anzünden. Okay. Schau dich systematisch im Sarg um, wenn du einen Streichholz angezündet hast. Dann kannst du dich erinnern, was im Sarg passiert ist, als du die Rampe runtergestoßen hast. Genau. So, die obere Schnalle wurde gedingswumst. Und dann, ja, okay, nachdem du dich genau im Sarg umgeschaut hast, öffne die Schnalle mit dem Spieß. Ja, okay. Ey, jetzt sag mir nicht, dass man wirklich diese fünf Streichholzer genau für explizit irgendwelche Sachen braucht. Wenn man schon eins verkackt, dann hast du verloren. Das wäre jetzt doof, oder? Das glaube ich nicht. Meine Vermutung könnte jetzt eher in die Richtung gehen, dass man das eine Streichholz noch bräuchte, um erstmal die Schnalle zu entdecken, weißt du? Also, ich glaube, was uns noch fehlt, ist der Text, dass wir, ach ja, genau, dass wir die Schnalle entdecken, ja. Und sobald wir die entdecken, sind wir aber schon tot, ne? Ja, das müsste man halt jetzt dann sehen, ne? Das müsste man jetzt sehen. Also, ich würde sagen, wir versuchen das jetzt nochmal. Wir sind, genau, ne? Untersuch, Kopfende habe ich ja schon versucht, ja. Untersuch, obere Schnalle könnte man ja mal machen, ne? Also, wir können erst mal untersuchen. Ach nee, oder hattest du das gemacht? Ja. Ach so. Warte mal, warte, 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 ich scroll nach oben. Bin so viele Male jetzt gestorben. Genau, untersuche, obere Schnalle habe ich gemacht, dann war ich tot. Dann öffne, obere Schnalle mit Spieß, auch tot. Mhm. Dann, das habe ich zweimal gemacht, scheinbar dreimal. Ja, also. Und jetzt habe ich vorher nochmal Schau dich um gemacht. Mhm. Ja, toll, da steht ob bloß, also wenn du dich umschaust, steht da, in deiner Hand befindet sich ein brennendes Streichholz. Mhm. Du liegst in einem Kunststoffsack, der in der Aufbahrungshalle stand und starrst auf den grau-blauen Sargdeckel. Dann habe ich den Sargdeckel untersucht, jetzt bin ich wieder tot. Jetzt ist es so, dort steht da, du kannst eine leichte Erhebung im Plastikdeckel erkennen. Steht da, wenn man die obere Schnalle untersucht, ja. Und danach sind wir natürlich sofort tot. Das muss die im Deckel eingelassene Halterung der Schnalle sein. Halterung der Schnalle. Vielleicht, jetzt bin ich ja auch wieder tot, vielleicht können wir jetzt mal direkt die Halterung untersuchen. Ich habe, pass auf, ich habe Streichholz angezündet, dann untersuche, Deckel gemacht, bin ich tot. Ja, stimmt, ich auch. Also ich kann ja gar nichts machen. Ich habe jetzt noch nicht mal das, nee, warte mal. Achso, nee, nee, okay. Also das Fisch ist aber schon lame, das mit dem letzten, also. Also das Streichholz müssen wir anmachen, ansonsten ist es zu dunkel für irgendwas. Und scheinbar können wir jetzt genau ein Kommando eingeben. Ja. Was mich wundert, weil beim letzten Mal hatte ich ein Streichholz angemacht und dann konnte man eine ganze Menge eingeben. Und das war alles okay. Also es hat relativ lang gebrannt, tatsächlich. Kann aber sein, dass diese ganzen Kommandos nicht erkannt wurden und deshalb. Vielleicht, ja. Dass Streichholz nicht ausging. Okay, pass auf, gib mal folgendes ein. Also du musst natürlich wieder leben, ne? Ja, ja, ich lebe und habe es Streichholz angezündet. Perfekt, okay, dann gibst du jetzt ein. Steck, Spieß in Halterung. Was? Was für eine Halterung überhaupt? Also wir erzählen hier die ganze Zeit von dieser Haltung, aber was für eine Halterung? Ja, das stand doch oben im Text. Da steht, also wenn du die obere Schnalle untersuchst, dann steht ja da, du kannst eine leichte Erhebung im Plastikdeckel erkennen. Das muss die im Deckel eingelassene Halterung der Schnalle sein. Okay. Mit einiger Mühe stößt du, also soll ich vorlesen? Ja. Steck, Spieß in Halterung. Mit einiger Mühe stößt du den Spieß durch den schmalen Spalt, bis er an einen weiteren Widerstand stößt. Das muss die Schnalle sein, Ausrufezeichen. Du drückst den Spieß so fest, du kannst weiter nach draußen. Die defekte Schnalle gibt nach und geht auf. Ey. Das Streichholz geht aus. Okay, und jetzt öffne das Sarg. Mal gucken, wie es geht. Du stemmst deine Arme mit aller Kraft gegen den Deckel. Die obere Schnalle ist offen. Schaffst du es, den Deckel so weit nach oben zu drücken, bis die untere Schnalle einfach aus dem Plastik bricht? Ist das eine Aussage oder eine Frage? Drück Space. Da die obere Schnalle offen ist, schaffst du es, den Deckel so weit nach oben zu drücken, bis die untere Schnalle einfach aus dem Plastik bricht? Je, der Sarg ist offen. Und ich höre Wind. Das hatten wir ja ganz am Anfang erwähnt. Wo hast du das gesehen? Dass das Spiel Wind unterstützt. Wo steht bei dir? Ach so, da. Ja, okay, alles klar. Jetzt habe ich nachvollziehen können, wo du warst. Also man hört der Sound im Spiel, wenn man den richtigen Client hat. Und ich höre jetzt ein Windgeräusch. Oh, wie schön. Die warme oder kalte Luft endlich wieder zu spüren, nachdem wir so lange im Totenreich sozusagen waren. Ist natürlich toll. So, der Sarg ist offen, wir haben drei Punkte bekommen. Juhu. Cool, warte mal. Wie viel hatten wir vorher? Elf von 56. Krass, jetzt haben wir 14 von 56. Irgendwie sind wir voll schlecht. Ja, ich weiß auch nicht. Aber immer eigentlich. Das Spiel dauert anscheinend noch eine ganze Weile. Oder wir kriegen gleich ganz viele Punkte. Oder wir haben einfach, wir failen einfach. Wie immer eigentlich, oder? Hatten wir jemals richtig viele Punkte? Ja. Ich sage jetzt einfach mal ja. Wer sollte nachprüfen, ja? Ja, wo kannst du sagen? Ja, klar hatten wir viele Punkte. Wir haben immer viele Punkte. Wir haben immer volle Punktzahl. Pum. Okay, also schauen wir uns mal um. Ach nee, warte mal, wir speichern erst mal, oder? Genau. Schau dich um. Du liegst in dem geöffneten Sarg. Die Dunkelheit der Nacht scheint dir, als wäre sie grenzenlose Freiheit. Okay. Ja, ich würde sagen, wir steigen erst mal aus dem Sarg, oder? Ach, wieso ist das so bequem? Ja, gut. Erst mal Kippschnie. Ach nee, wir haben keine Macht. Ach nee, warte mal. War da nicht eben noch die Rede von, dass da irgendwie ein Bagger ist, der da gerade unser Sargloch schaufelt? Deshalb hätte ich ja gedacht, dass wir den jetzt als erstes sehen und sagen können, okay, wir gehen wo auch immer in welche Richtung, nur halt nicht in die Verschüsse. Ah, ich glaube, es wird im nächsten Text erwähnt. Ich habe jetzt eingegeben, steig aus dem Sarg. Nach luftschnappend setzt du dich auf. Der Sarg steht genau in der Mitte eines Weges. Ungefähr 30 Meter entfernt erkennst du die roten Rückleuchten des Baggers und dessen grelles Scheinwerferlicht, das von dir weg in die Gegenrichtung leuchtet. Schöner Satz. Wieder wird das Motorengeräusch lauter, als sich Zähne der Schaufel erneut in das Erdreich fressen. Im Schein des Lichts siehst du den Mann mit der Spitzhacke, den du am Tor gesehen hast. Der riesige Kerl mit der Halbglatze steht neben dem Bagger. Sein Gesicht ist unnatürlich bleich. Du nimmst an, dass er eine Art von Schminke trägt. Was? Er stiert? Keine Ahnung, ich lese nur vor. Er stiert. Nein, Vampire sind ja naturbleich. Ja, und in der Nacht brauchen sie auch keinen Sandblocker, von daher. Genau. Er stiert in das Grab. Also hier der mit der Schminke. Der ist ein Clown. Das ist ein Clown. Nur wenn die Schaufel des Baggers wieder eine Ladung Erde aus dem Grab hebt, folgt er ihrer Bewegung mit dumpfen Gesichtsausdruck. Vor ihm steht eine leuchtende Grabkerze und ein Holzkreuz. Das Grab deiner Tante. Ach ja, die wollten ja irgendwie Geld haben oder so. Der eine Bruder hat doch da irgendwas drin versteckt, ne? Stimmt, ja. Ja, ja, so ist das. Genau, und einer von diesen Zweien ist ja der Bruder, ne? Ja, also das war ja so eine Konfusion. Irgendwie, weil ich das gerade lese, oder weil ich das gerade gesagt habe, dass der Typ Clown ist, wahrscheinlich hat er so eine Nebenbeschäftigung. Wenn er nicht gerade Leute umhaut und vergräbt, dann ist er auf Kirche Geburtstag ein Clown oder so. Und das erinnert mich daran, ich habe gerade einen Podcast gehört, für alle, die Französisch lernen. Es gibt von Duolingo einen Französisch-Podcast. Und da ist die letzte Episode von einem Physiker, der hauptberuflich Physiker ist eben, aber als Nebenberuf sozusagen Clown ist. Und der hat dann immer versucht, also er wollte nicht, dass seine Kollegen wissen, dass er das macht, weil die dann vielleicht nicht mehr ernst nehmen oder so. Aber irgendwann ist er ins Krankenhaus gegangen, sollte da ein kleines Mädchen beklaunen, oder wie auch immer man das nennt. So nennt man es, glaube ich, ja. So nennt man es, glaube ich. Und dann stand plötzlich sein Chef vor ihm, weil das nämlich der Tochter des Chefs war so. Und ja, das war eine interessante Situation. Genau, also sehr ... Ich hasse Clowns. Ja. Clowns sind nicht witzig, sondern übel scary. Ja, du darfst halt nicht immer Stephen King Clowns dir angucken. Das sind nicht die richtigen. Die meisten Clowns-Kostüme sehen halt mindestens genauso aus. Ja, wahrscheinlich. So, weiter im Text. Das ist doch schon mal so nach Space drücken. Nee, das grabt deiner Tante. Genau. Du erschrickst, als er plötzlich seinen Kopf hebt und in deine Richtung schaut. Sein Gesichtsausdruck aber bleibt unverändert ausdruckslos, obwohl es dir so scheint, als würde er dich direkt ansehen. Einen Moment später wird dir klar, dass er dich durch die grellen Scheinwerfer geblendet nicht sehen kann. Sein Blick wirkt mehr als abwesend. Und wenn es dir im Moment nicht egal wäre, wie dieser Bastard dreinblickt, würdest du wohl sagen, in ihm liegt eine müde Traurigkeit. Voll die Gedankengänge. Ja, aber klar, weil er ist traurig, dass er den Bagger nicht fahren darf. Klar. Das kann gut sein. Wäre ich auch traurig. Genau. So, jetzt hier neue, fette Überschrift. Ja. Grab von Tante Erna. Mhm. Im Lichtschein der Scheinwerfer steht der riesige Mann, dem du am Tor begegnet bist. Das Grab deiner Tante wird gerade aufgegraben. Mhm. Die Kränze liegen neben dem Grab. Der andere Mann aus der Gärtnerei sitzt vermutlich im Bagger. Richtung Osten geht es zurück auf den Hauptweg. Du siehst hier einen beschädigten Sarg, der leer ist. Oh, komisch. Okay, also stehen wir daneben. Wo kommt der? So, jetzt lassen wir kurz nochmal speichern. Jetzt nochmal. Ja. Ich finde nämlich das Aufgraben ist ein Wort, was man nicht sehr oft benutzt. Nee? Nee. Ich meine jetzt im Flirtbereich sagt man ja vielleicht mal Angraben, ja, oder halt Graben, wenn man was gräbt. Aber wie oft hast du denn in deinem Leben schon Aufgraben benutzt? Ähm. Ja. Ja, ist eine Frage, da muss man halt mal nachdenken. Lass mich halt mal nachdenken. Bin ja schon ein bisschen älter, war ein paar Jahre. Ja, graben halt die Gedanken auf. Ähm, während... Ich habe einige Male bei uns, also im Garten meiner Eltern, umgraben müssen. Ja, umgraben, genau. Aber aufgraben ist schon sehr speziell. Ist wahrscheinlich so ein Fachtermini von Bestattern, ne? Gut möglich, ja, das kann sein. Und so, da gibt es so Insider, da wird so, hö, ich habe letzte Seite aufgegraben. Naja, so, also, äh, du siehst den bestätigen Sarg. Also umschauen können wir uns sparen, ne? Also wird wahrscheinlich das Gleiche dastehen. Oder nicht? Machen wir es mal klar? Wollen wir das eigentlich machen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Lass mal ins Inventar gucken. Mhm. Spieß, Mantel, Gips. Ja. Okay, also wir sind schon mal gehandicapt. Mit anderen Worten. So, und wir haben... Also pass auf, was wollen wir machen? Wollen wir abhauen oder die Leute am Schänden des Grabes von Tante Erna hindern? Also ganz ehrlich, wenn ich mitten in der Nacht da wäre und so zwei Clowns da sitzen und mit Gips... Dann würde ich abhauen. Ja, würde ich mir, genau, würde ich die Füße in die Hand nehmen. Ja, vielleicht Polizei rufen oder so. Du hast ja im Inventar kein Telefon. Ja, meine ich ja. Deswegen abhauen und dann... Ach so, ja, genau. Ich würde sagen, wir hauen ab, oder? Ja, also, oder? Also, gehst du ja nicht hin und sagst, ey, Leute, ihr habt mich zwar gerade in diesem Sarg vergessen. Also muss es sein, dass ihr mich vergessen habt? Ja, ich finde das nicht so gut, dass ihr jetzt gerade hier mitten in der Nacht so viel Lärm macht. Das stört ja auch die Nachbarn. Genau. Hier kippen für alle. Lasst uns mal kurz reden wegen Erna. So, sehr unrealistisch. Ja, also ich würde sagen, wir hauen ab. Also pass auf, wir haben gespeichert. Wir hauen jetzt erst mal ab. Wird eh nicht funktionieren. Weil ein Spiel will immer, dass du das Chaotische machst. Also, ich bin jetzt mal nach Osten gegangen. Großes nördliches Gräberfeld. Von hier aus erstreckt sich ein einziges großes Gräberfeld. Zwischen den Grabreihen stehen vereinzelt Bäume und Holzbänke. Im Süden befinden sich der große Platz mit dem Holzkreuz. Das Grab von Tane Erna liegt in westlicher Richtung. Also müssen wir wahrscheinlich nach Süden. Und dann nach Osten wahrscheinlich. Mal sehen. Oh, jetzt kommt ein Text mit nicht so netten Worten. Das darfst du sagen. Das darf ich nämlich gar nicht sagen. Ähm. Auch nicht vorlesen. Scheiße. Verarmt. Piefresse. Ich hab's jetzt gepiept. Alles klar, cool. Ja. Piep, piep, piep. Gerade als du das Ende des großen Gräberfelds erreichst, hörst du den Gärtner hinter dir schreien. Mach du weiter. Ich suche ihn. Genau so hat er das gesagt. Als du dich umdrehst, kannst du das Licht einer Taschenlampe, welches unruhig hin und her wandert, erkennen. Wie haben die jetzt gemerkt, dass wir jetzt aus dem Sarg sind? Weißt du? Weißt du, die sind ja gerade am Loch graben und gehen ja wahrscheinlich nicht davon aus, dass ich jetzt aus dem Sarg komme. Das stimmt. Also. Zufall. Manchmal. Und dann hattet er so eine Intuition oder was? Ja. Okay. So. Ja, also der ist jetzt nicht erfreut, dass der Sarg jetzt leer ist. Und der Typ müsste jetzt der Blumenladenbesitzer sein, oder? Na, der Gärtner. Ja, 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 doch, ja. Genau, der Gärtner. Gärtner, genau. Ja. So. Platz mit dem großen Holzkreuz. Ja. Da sind wir jetzt. Mitten auf dem großen Platz befindet sich ein circa vier Meter hohes Holzkreuz. Wahrscheinlich auch schon zwanzig Mal vorgelesen. Ja. Von hier aus führen wiegen alle vier Himmelsrichtungen und ein Trampelfeld nach Südwesten. Das war einer von den Zweien. Was war denn da? Keine Ahnung. Zwanzig Meter weiter westlich befindet sich ein modernes Gebäude. Ah, okay. Dessen Eingang von dir aufgebrochen wurde. Ja, das ist ganz cool. Du siehst hier ein Metallgestell. Darauf sind Kanister, die geschlossen sind und mit Draht verbundene Gedenkkränzen. Gedenkkränzen. Das waren doch auch wir. Ja, ja. Wir haben das da rausgedengelt. Ja. Genau. So. Ich würde sagen, weiter. Wir hauen ab. In welcher Richtung aber? Richtung, ja. Wir können in alle vier Himmelsrichtungen. Nee, du. Ich glaube, es war einfach nach Süden, oder? Wir sind ja damals. Oder Osten. Oder Osten. Ich weiß nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich der Trick. Ohne Scheiß. Wenn wir jetzt falsch laufen, kriegt er uns. Und wenn wir richtig laufen, können wir abhauen. Also ich sage, wir gehen nach Süden. Ich hätte Osten gesagt. Aber okay. Gehen wir nach Süden. Ja. Boom. Ah. Gräberfeld. Zwischen den vielen Bäumen bestimmen hier ungewöhnliche Grabsteine die Gräbereien. Am Rande des Weges steht ein Müheimer. Mhm. Cool. Im Norden kannst du schemenhaft die Umrisse eines großen, ja, alles klar, Kreuzes, östlich von hier befindet sich der Vorplatz, ah, guck mal an, der Vorplatz mit der Gärtnerei und dem Hauptausgang, obwohl der wird eh zu sein, also dahin gehen ist auch, südöstlich geht es durch die Eisentür auf den Parkplatz. Direkt vor der Tür parkt wieder der dunkelrode Kombi hinter einem der großen Bäume oder einem der größeren Grabsteine wäre ein guter Platz, um sich zu verstecken. Mhm. Du hörst etwas rascheln und bleibst augenblicklich stehen. Da. Leerzeichen. Was? Ja, da. Steht da. Da, Ausrufezeichen. Steht bei mir nicht. Steht bei mir schon. Aha. Es war nur der schwarze Vogel, der auf dem Kiesweg gelandet ist und den du in der Dunkelheit kaum mehr sehen kannst. Nur an dem Geräusch der Flügelschläge kannst du erkennen, dass er auch schon wieder weiterfliegt. Ja, okay, dann machen wir, wollen wir mal verstecken oder nicht? Ja, Grab oder Baum. So ein Grabstein ist schon klein, ne? Naja, ungewöhnliche Grabsteine. Es gibt schon große Grabsteine, so richtig mit Statuen allem drum und dran, ne? Hm. Okay, das ist eine 50-50-Chance. Wir nehmen die Grabsteine, okay. Versteck dich hinter Grabstein, okay? Du versteckst dich hinter einem der Grabsteine. Ich sollte mich auch in anderen Bereichen des Friedhofs nach geeignetem Verstecken umsehen. Nimmst du dir vor. Aha. Also heißt das jetzt, wir machen es nicht? Oder? Weil wir können jetzt einfach weiter eintippen. Oder es macht ihm einfach Spaß, Verstecke zu spielen und dann denkst du, hey, super. Warte mal, ich schau mich mal um, schau dich um. Mhm. Plötzlich siehst du Licht durch die Bäume zu deiner rechten Scheine. Du versteckst dich und wartest. Verzweifelt suchst du in der Dunkelheit die Umgebung nach den Männern ab. Da! Das ist so ein Lieblingswort von dem Typen. Oh Gott, warte mal, jetzt ist viel gescrollt. Mhm. Aus einiger Entfernung ungefähr dort, wo sich der Platz, übrigens bei mir sind jetzt Teile des Textes so fett geschrieben. Ja. Aus einiger Entfernung ungefähr dort, wo sich der Platz mit dem großen Holzkreuz befindet, kannst du das Licht der Taschenlampe ausmachen. Ja, gut. Gräberfeld. Zwischen den vielen Bäumen bestimmen hier, okay, alles klar, blablabla, direkt vor dem, du versteckst dich hinter einem Grabstein. Ah, hier ist ein Neutext. Der Gärtner war nicht weit von dir entfernt. Da du dich aber versteckt hast, hat er dich nicht entdeckt. Okay. Gut. Was machen wir jetzt? Ich gucke mich nochmal um. Jetzt wird der auch nicht, ähm, ah ja, okay, jetzt ist er an der Aufbewahrungshalle. Genau. Also nochmal umschauen, da kommt derselbe Text, aber diesmal ist das Licht aus der Aufbewahrungshalle. Das heißt, er bewegt sich jetzt wieder Richtung zurück. Also er checkt irgendwie, ähm. Also ich habe jetzt dreimal gewartet, das ist ja gar nicht mehr da scheinbar. Jetzt steht gar nichts mehr da. Gut. Okay, wollen wir zur Tür? Ja. Das ist jetzt, ähm. Südöstlich. Südöstlich geht es zur Eisentür auf dem Parkplatz. Okay. Südöstlich. Du kommst aus dem Versteck hervor. Aus einiger Entfernung, ungefähr dort, wo der Platz mit dem großen, kannst du Licht, also Holzkreuz, Entschuldigung, befindet, kannst du das Licht der Taschenlampe ausmachen. Du öffnest zuerst den Nebeneingang. Der Nebeneingang ist offenbar abgeschlossen. Ja. Okay, dann ist der Haupteingang. Du kannst den Schein einer Taschenlampe aus der Richtung des Platzes, einen kurzen Moment später, blendet dich das Licht auch schon. Du weißt nicht genau, wieso er dich in der Dunkelheit so schnell ausmachen konnte. Da du ja in schwarz gekleidet bist. bevor du noch länger darüber nachdenken kannst, hörst du auch schon wie er über den Kiesweg in deine Richtung läuft, noch wäre genug Zeit zwischen euch Platz zwischen euch dass du zwischen den Grabereien Deckung suchst um wieder aus deinem Blickfeld zu kommen, aber du hast zu starke Schmerzen und bist zu langsam um dich noch rechtzeitig irgendwo hin zu verstecken okay, tot also ich bin noch am Leben wo bin ich denn jetzt cool, ich lade mal ich habe mich nämlich, weil bei dir da schon gekommen ist, habe ich mich nämlich auch wieder versteckt und diesmal versuche ich nach Osten zu gehen also auf den Vorplatz zu gehen ja, warte mal, ich versuche mal kurz seit dem letzten Speichern, jetzt sind wir Osten, Süden Süden, Süden und dann verstecken Osten, Süden, Süden ja also ich bin diesmal aus meinem Versteck rausgekrabbelt und zum Vorplatz gegangen folgender Text auf dem Platz befindet sich die kleine Blumenhandlung deren Eingang in östliche Richtung liegt das haben wir ja schon mehrmals durchgelesen aber jetzt steht da die Glastür zur Gärtnerei steht offen durch das seitliche Fenster scheint Licht das heißt wir können jetzt mal direkt nach Osten gehen und sind im Blumengeschäft na das ist doch mal was okay, warte mal also ich bin jetzt warte mal Gräberfeld ja äh ich habe mich jetzt versteckt ich warte mal ja okay, versteckst dich und wartest okay der Gärtner war nicht weit von dir entfernt okay, ich warte nochmal mhm du wartest aus einiger Entfernung ungefähr dort wo sich die Aufbewahrungshalle befindet kannst du das Licht der Taschenlampe ausmachen soll ich nochmal warten? ja mhm ja du hörst etwas rascheln okay, ist der scheiß Vogel wieder ich warte nochmal den habe ich gar nicht gesehen wartest du wartest du wartest jetzt ah, jetzt ist in der Nähe vom Grab deiner Tante kannst du die Taschenlampe ins soll ich jetzt mal rausrennen? also wohin Osten? äh ja genau steht offen genau Tür alles klar also sehr gut was ist das Osten? genau Blumengeschäft geil so also dann kannst du ja vorlesen der kleine Laden ist mit unzähligen Blumensträußen und Gestecken vollgestellt ich glaube wir sollten echt speichern im hinteren Bereich befindet sich eine Registrierkasse und eine Holztür auf der ein Schlüsselhaken angebracht ist mhm darauf hängt ein Schlüssel was? sehr gut ja, na gut ach so also ein Schlüsselhaken ist einfach nur ein normaler Haken an dem Schlüssel hängt okay, alles klar ja, na was sollst du? ja, warum nennt man es Schlüsselhaken? ich dachte jetzt kommt sonst was okay also ein Haken mit einem scheiß Schlüssel dran neben der Tür steht ein alter Kleiderschrank durch die Glastür in westlicher Richtung kann man das Geschäft verlassen außerdem liegt auf dem Boden ein Feuerzeug okay, pass auf, wir machen jetzt einfach nimm alles mal gucken, ob das geht ne, ich speicher oh, was genau möchtest du nehmen? ich speicher, hier kommt es auf jeden Klick an, sag ich dir ja okay also nimm mal Feuerzeug, ne ne, erstmal nimm, ist Quatsch erst dann den Schlüssel nehmen stimmt nimm den Schlüssel, in Ordnung und jetzt nimm Feuerzeug kann man immer gebrauchen nach diesem Desaster mit den Streichhölzern das Licht, sagt er, ist an also der Lichtschalter ist an ja, ja, aber das war ja schon an ja, ja, aber genau würde ich aber auch anlassen weil wenn wir es ausmachen, dann weiß er, wo wir sind genau verstehst du? man könnte ja annehmen, wenn wir es ausmachen dann sind wir im Dunkeln aber nein ich untersuche mal den Schlüssel wieso schnell? ach so, stimmt du meinst, der Schlüssel ist gerade ja, stimmt ja, also ein alter, verrosteter Zylinderschlüssel auf dem Schlüsselkoffer hat jemand mit einer Marke ein großes V geschrieben das steht für Vogel ach, Vorplatz vielleicht vielleicht Vorplatz oder so ok, also jetzt nach Westen oder was? ja, raus warte mal nein, 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 nein ah, ich bin jetzt schon raus ich guck mal öffne Kleiderschrank du öffnest den Kleiderschrank meine Güte schau in Kleiderschrank muss dem aber auch alles aus der Nase ziehen der alte staubige Holzschrank hat vielleicht schon die Eröffnung des Friedhofs erlebt er ist komplett leer ok, alles klar ich komme raus ne, ich bin nämlich gestorben ach so da kam der Text, dass sich die Taschenlampe blendet und du hast keine Zeit mehr und so weiter und so weiter ne, also bei mir ist das westliche Gräberfeld ich gehe jetzt mal in Süden warte mal durch das große Gittertür im Süden genau ich bin jetzt vom Vorplatz nach Süden gegangen wo das Gittertor ist und jetzt steht da aus einiger Entfernung ungefähr dort, wo sich die Rückseite der Aufbauungshalle befindet kannst du das Licht der Taschenlampe sehen du kannst nicht in diese Richtung gehen ok, pass auf öffne Tür mit Schlüssel öffne Gittertor die Glastür ist bereits aufgeschossen machen es geht auch um das Gitter oder Tor oder so der Schlüssel mit V passt nicht ah ok, dann gehen wir nach W ja genau, hier den kleinen Gräberfeld ne, wir müssen zu dem kleinen Tor es gibt doch diesen Nebeneingang ja, 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 genau und jetzt südöstlich ach so das ist ja, genau vom Vorplatz müssen wir nach Westen und dann nach Südosten ok öffne ne, oder was doch öffne nebeneingang mit Schlüssel passt nicht ach warte mal lass mich mal kurz hochscroben war nicht in dem Laden irgendeine Tür naja, nach draußen ja guck mal hier im hinteren Bereich befindet sich eine Registrierkasse und eine Holztür also vielleicht passt dieser Scheiß Schlüssel einfach da ok also äh, wo soll der dann passen das finde ich ja jetzt doof was haben wir denn noch für Türen ja also offensichtlich aber irgendwie kommt mir das mit diesem Schlüssel auch bekannt vor muss ich sagen hatten wir nicht mal einen Schlüssel mit T ja irgendwie sowas weiß ich nicht oder mit der Young aber wir hatten doch schon mal einen Schlüssel und da stand T drauf glaube ich da haben wir doch noch gesagt hier T wie äh Gärtnerei aber ich glaube es gab noch ein Gebäude in das wir nicht rein konnten so ein altes Backsteining oder so weißt du aber war das nicht die Aufbahrungshalle ja da bin ich mir gerade auch nicht mehr sicher ja das kann sein aber es gab doch zwei Gebäude jetzt bin ich aufgeschmissen ganz ehrlich also es ist ein alter Schlüssel okay hast du ja gesagt ne ja ja genau äh 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 alter verrosteter Zylinderschlüssel ja das ist ja jetzt also wenn ich jetzt keinen Scheiß gemacht habe passen also passt der Schlüssel tatsächlich nicht für die zwei ja Gatter ja durch die wir gehen könnten ja ähm könnten wir mit dem Schlüssel vielleicht das Blumengeschäft abschließen und sagen ätjebätsch ihr kommt hier nicht rein ja genau und wie lange denn warten die halt einfach draußen gut oder fahren mit dem Bagger einfach durchs Fenster oder so ähm ähm äh also ich hab keine Ahnung naja also mir erscheint es ja so als wäre diese Spielmechanik dass man sich da versteckt und so ähm nicht eingebaut für diese eine Situation sondern dass wir da jetzt durchaus öfters nochmal was suchen müssen oder so oder zumindest nochmal vorbei an denen oder so weißt du aber da müssen wir jetzt wissen in welche Richtung also ich behaupte mal also pass auf das Tor in die Aufbahrungshalle ist ja offen oder die Tür ja also da hin zurück macht ja auch keinen Sinn ne oder war ja auch nichts weiter drin genau nächstes Mal wieder wenn's wieder heißt der Falk und seine Schnalle die obere obere Schnalle ja genau tschüss tschüssi tschüssi kowski Untertitelung des ZDF, 2020